hallo und willkommen zu einer neuen folge minecraft td tp mit dabei die mani marona und ja ich habe mich zuletzt hier ausgelockt mit nilo zusammen den nido ist woanders hingewandert er hat uns verlassen ja und ich muss zurückfinden wo bist du mani deine hütte wäre ja genau ich wollte jetzt mal anfangen mit aber dazu muss ich die ganzen rezepte erstmal raussuchen weil die weiß ich leider nicht mehr auswendig okay ach so ich weiß was ich machen wollte da ist so ein riesenwald mit ganz vielen bäumen weil ich schon mal ein wald so an sich dass da bäume drin sind ja stimmt merkwürdigerweise oh nein ein wald mit bäumen ja schon mal hier schön bäume pflücken pflücken vor allen dingen ich pflücke bäume ich pflücke bäume und fälle blumen genau wir sind ja nur gummibäume das steht meistens dran ja ich weiß da sind nur gummibäume ganz normal also ich will ja nicht sagen ne ich habe eins zwei drei vier fünf sechs holz reichen holz da hast du bestimmt alles geklaut nein ich habe eine super duper axt von dem lieben nighty bekommen mit der man nur den untersten teil abhauen muss und der rest fällt von allein runter okay gibt es also okay wie geht das wenn ich jetzt noch wüsste kommen zu nightys haus dann zeige ich dir okay und bringt stein mit weil das habe ich nicht das ist echt warm also für die leute die jetzt eventuell ab und zu mal ein paar autos hören im hintergrund oder mein handy ich bin es nicht das kommt leider von mir weil ich fenster leider gottes auflassen muss wegen mit zu tot und so habe alles zu weil ich nicht eine spelle ich bin ja wohl und ich komme jetzt zu dir nicht zu mir also leite aber als richtung zu dir wir müssen in nightys haus rein in der hoffnung dass er seine sachen ja hatte ich wüsste was genauer ist glaube ich bin der einzige der die karte nicht verwendet komm mal zu meinem haus wenn du weißt wo mein haus ist das wasser letzte letzten folgen bis weiter gebaut habe ich ja genau zu dem eingang und dann wo zur hölle bist du ich sehe dich nicht mehr auf meiner karte ich weiß es nicht das ist schlecht ich sehe dich nicht mal wenn ich die karte auf groß mache mach mal f3 und sag mal die position wo du bist ach ich sehe dich moment du läufst gerade genau in die falsche richtung dreh dich mal ein stückchen ja nein nicht ganz so ok habe ich schon gedacht das ist eine andere flussseite ein bisschen weiter nach links ja genau so ist ein meteor einschlag glaube ich ja genau und da muss aber nicht hin du musst an dem ding vorbei und dann gleich über das wasser ein haus ja genau das wird wahrscheinlich was er genau ist ein haus muss ja was gestehen und ich sehe dich muss ja was gestehen hast du denn da an dass mich etwas hast du da an das holz was eine rüstung das aus kupfer 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 komit hatte ich muss wissen ich muss ja was gestehen letzte folge wo ich mit nido zusammen aufgenommen habe haben wir zur not einfach das bett von euch benutzt es gibt schlimmeres denke ich also du brauchst erst mal hatte die rein zufällig hier ja genau dass du siehst ja diesen latsch platte 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 pattern ich nehme jetzt einfach mal da raus und dann mal hier dran das ist wenn man eine toolstation nimmt und die weiterentwickelt quasi dass das da jetzt brauchen wir aber erstmal moment dass da brauchen wir also dieses ding hier da liegt ja jetzt was dann das sollte gar nicht so sein das wollte ich immer also haben das kann man abgraden damit der die axt dann komplett kaputt machte nein das also diese toolstation muss man upgraden um sich bessere sachen bauen zu können und um diese komische axt zu bauen brauchst du einmal dieses latsch platte pattern und da musst du stein reinigen das braucht halt mehrere steine dann brauchst du ein tough rot pattern und toolbinding und 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 das macht dann moment das zeige ich dir gleich baue sie dir eben zusammen jetzt müssten wir hier dran und dann steht da ist es die ist es das dritte symbol und das ist eine lamber axe also eine holzfalle axt ok und da packst du die sachen einfach rein jetzt kannst du sie rausnehmen so und die geht halt auch so schnell schon kaputt ne also die verbraucht genauso viel warte ich testen als wenn du das so aus ok ist im prinzip wie der timbarmut ok das nicht schlecht ja damals 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 zeige ich schon unten im keller so ein ding ist angefangen da den raum ganz vielen sachen wollten wir machen ach so ja ist der eingang davon überhaupt bei mir warte ich zeige in dir ja da gut muss man irgendwie markieren jetzt einfach so rein so ich wollte mir jetzt aber warum ich brauche sowas hier und das und ich brauche das und das weiter von dann brauche ich das da hallo wir wissen wie man den baut wusste das mal so mal ein bisschen was im feuer reinlegen hast du zwei eisenbarren für mich bestimmt gleich vorbeibringen ich habe zu 100 prozent keine mehr eisen ist bei mir irgendwie voll die mangelware alles andere und dann musst du mal meinen keller kommen glaube ich muss bald mal ausbauen wenn das so weitergeht ok für eisen habe ich 42 sogar und das ist super ich brauche aber nur zwei glaube ich weißt du was zauberstab auf englisch heißt ja das hat sich gerade erledigt hat sich erledigt ich brauche aber mehr als zwei eisen oder 1 18 nee 2 ich bringe ein bisschen eisen mit gut beeil dich aber es wird schon wieder nacht ich komm schon ich hätte eigentlich nur mit Waffe machen können egal ich müsste auch mein haus weiterbauen ich komm da ja ich bin nicht mehr in der gänge so einfach das dreifache danke aber mein keller habt ihr nicht groß weitergebaut oder? äh guck dir mal meine kopf sammlung an deine kopf sammlung noch einmal ich vorhanden hm ich weiß gar nicht wer noch fehlt das sadia, sadia müsste mal eigentlich mal textur und packen nee kein textur und packen skin äh skin skin meine ich ja äh hitze bringt mich um merk ich schon moment brauchte ich davon nicht oh ich brauch davon noch einen äh moment kann man da nicht jetzt schon draufklicken nein äh ich brauch noch so'n ding nein das war das falsche so ich geh mal in mein labor sag ich mal hm und experimentiere dort alles klar mach das achso wenn du holz brauchst kannst du dir gerne welches nehmen ne ja ich hab etwas holz ausreichend das weiß ich gar nicht mehr wo ich stehen geblieben bin ich glaub ich wollte einen generator machen und ich wollte mir einen zauberstab bauen so äh was haben wir denn aber ich glaub das ist eh am gummi gefehlt das das nein das war falsch das brauch ich das brauch ich so generator wo bist du ja generator ha schade ich hab leider den falschen berührt entweder Eisen ja ich brauch Eisenplatten und Batterie Batterie gut da brauch ich ein Kabel ok ok jetzt habe ich zumindest diesen komischen Worktail jetzt bräuchte ich noch scribbing tools hm also ich brauche Glas ich brauche Tinte und ich brauche eine Federe fragt mich ob ich Tinte im Keller habe so du hast sicherlich nicht äh geleistet Gummi Ähm was heißt das auf englisch Äh Wabba glaube ich achja Äh weiß ich nicht genau Die ich eigentlich noch irgendwo haben Ach nee Nee, nee, hab ich nicht Du hast nicht rein zufällig Tinten, Säcke So, warte Moment mal Gummikrägmann Wenn man so einen komischen Stiel Einen Gummibaum dran macht Genau, aber nur an Stellen Wo das auch Wo es das auch gibt Wenn man in ein Sägewerkding rein tut Da kann man auch Okay, da kriegt man dann 5 Holz Und 50% Gummipro Dingels Äh Mal gucken Wie wird dieses Sägewerk gemacht Eine Metallachs Maschinenfreiben Okay Mhm Also wenn ich wüsste Wie das bei meinem Texturenpack aussieht Könnte ich dir sagen Ob ich welches habe Mh Okay, aber auch mal Stahl Und Boah, braucht man da viele Sachen Ah, ich hab selber noch Tintensäcke Ist sowas, ich habe kein Glas mehr Moment, ich hab doch eben Sand eingesammelt, ne Gut, da brauchen wir mal Sand Ich mache mir mal eben etwas Holzkohle Damit wir irgendwas an Kohle haben Und ich mache mir Glas Moment, äh Eine Glasflasche, mache ich die aus Blöcken oder Fensterscheiben Blöcken Und Warum muss immer alles so kompliziert sein? Äh, das frage ich mich auch Möchte ich nicht noch reinzufällig irgendwas davon hier haben? Nein Nein Wirklich nicht Mh Manu Äh Sollen wir vielleicht mal Schluss machen? Und dann noch eine Folge aufnehmen? Können wir gerne machen Warte, ich muss mal kurz ins Sicherheit hin Lalalala Gehe ich einfach in dein Haus Ja, ich auch Wir hätten auch einfach schlafen gehen können, ne Komm, das machen wir Okay Und Alba hat trotzdem ja, Cut, ne Ja Dann Gucken wir schon den Sonnenaufgang zu Und beenden die Folge Vielen Dank fürs Zuschauen Bis dahin, tschau Ja, ich glaube auch Ja, ich glaube auch